Dass man nicht die ganze Zeit Leertaste gedrückt halten kann Und du machst es immer noch, du sagst nicht, dass du es nicht gemacht hast Ich hab's nicht gemacht, du dummes Stück Scheiße Deshalb schaffst du auch genau den letzten nicht, weil es genau nämlich nicht hinkommt, wenn man durchspringen soll Die ganze Zeit Leertaste gedrückt, guck Ich halte nicht Leertaste gedrückt, verstehst mich nicht richtig oder was? Du bist einfach scheiße Wenn du Leertaste gedrückt hältst, dann geht's auch gar nicht Ja eben Ich mach's dir auch nicht Ja, du musst schon ein bisschen, also... Ey, jetzt hilf mir nicht Oh, jetzt doch noch bitte, ey Mach das doch jetzt mal endlich, das ist ja wirklich peinlich, Mann Ich weiß Ich guck gerade, wo die sehr komisch hören Man könnte doch mal die Maus so geil machen, weißt du, dass sie so smooth war Wisst ihr wie das geht? Nein Nein, 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 nein Endlich Wow Ich gebe mir der Challenge eine Wertung von zwei Wie trocken so halbeste probiert Eine, zwei Ganz schön großkotzig, Sandriandro So 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 Das hat der Mettbeisteller Das hat der Mettbeisteller aber nicht gut gemacht Was denn? Dass du nicht stirbst, wenn du runterfällst Na, Alter, ey Der war jetzt ein bisschen doof da Stimmt, wo muss denn jetzt hin? Du musst dich kill, Mann Naja, da gibt es ja keine Gleiter nach oben Schlecht, ey, wirklich Ja, das ist mir tatsächlich erst am Ende so eingefallen So, dass ich das auch alles ein bisschen höher hätte bauen können Und dann könnte man auch gestorben Könnte man auch gestorben Könnte man auch gestorben, oder nicht? Ja, das ist kein Cheat Weil ich ja schon wusste, dass es sozusagen Man es auch sich leicht machen kann So Wo muss man dann hier hin? Hopp Ja, man schafft das auch, wenn man nicht sonst was entspannen will Ah, jetzt kam ja das Spiel Woll Ach, gemacht Ach so, hier war erst die Challenge vorbei Die müsste ich halt hier rein fallen lassen Ja, alles andere aufgemacht Warte, hast du schon aufgemacht? Ja, nix Uwe Ja, first take, one take, ne? First take, one take Aber so eins Ah, jetzt kommt der hier Ja, der ist so behindert Also der ist wirklich dumm Das ist halt so die Bisschen schwieriger Verpiss dich doch mal Junge, geh doch mal weg, alter Ich seh doch gar nix Das ist halt die Vierer-Challenge Ah, first take, one take, Mann Unterwegs im Post-Modus Junge, geh mir aus dem Licht, Alter Oh, Alessandro, alter ohne Witz Ja, du lernst mich die ganze Zeit einfach, du Du bist einfach so schlecht in dem Schluck Ich bin nicht schlecht Es geht mir noch auf den Sack, wenn du die ganze Zeit da rumschwulst Ich bin nicht schlecht Ja, gemacht Heidewitzka, schwer, man Schwer Die nächste ist, glaube ich, schwierig Ja, die nächste ist wirklich schwierig, das stimmt Ja, muss ich zugeben Haben wir auch ein bisschen für gebraucht, aber wer weiß wie es jetzt wieder aussieht Ja, du lutsch mir doch ein dicker Ja, also warum springst du nicht einfach hier unten hin Wohin? Hier einmal, ne? Geht das? Ja, natürlich Schlechter Challenger Das ist gar kein Vierer am Ende Ja, den hab ich weggemacht am Ende, weil ich dann auch dachte, ja, das muss auch nicht sein Warum? Das ist echt nochmal Ich weiß auch nicht, was Ich weiß auch nicht, ehrlich, aber was irgendwie Also es hat ja auch Es hat ja auch Es hat ja auch einen Genau, irgendwie wollte ich, glaube ich, ein bisschen nett sein und dachte so, ja, komm Ja, da freut man sich doch nicht halt drüber, weil man denkt, man muss am Ende noch einen Vierer machen, aber nein, man kann einfach rüberlaufen Ach, nicht die Challenge, ey Die hab ich echt aufgegeben Die Leiter Challenge? Ja Ah, stimmt Die soll echt nicht einfach, man Nee, die ist nicht einfach Ich weiß noch gar nicht genau, wie man die Sprünge macht, um ehrlich zu sein Ich würde jetzt gerne mal diese Scheiße hier machen, ey, das ist richtig behindert, ey Äh, ich bin Junge, geh mir nicht auf die Eier mit der Scheiße Ich krebs, der Scheiß Verkur, äh, schon wieder Ist auch krebsverkur Ah, ich hab's auch gemacht Oh ja, du darfst noch nicht machen Ja, ah, ist ja gut Ruhig dich mal, Junge Ruhig dich Ruhig dich Ruhig dich Guck mal, die kannst du auf jeden Fall durchmachen, Mann, das ist doch schön Ja, oh, du machst natürlich ein bisschen Geht, geht natürlich um Jetzt hast du gemacht, jetzt spring da unten bitte drauf, Mann Ja, du Ja Oh, fuck, ey Ich bin nicht mal abgesprungen, ey Weird 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 Ich weiß nur noch, dass man da direkt auch weiterspringen kann Ja, hier, so Ja, hier, so Verpiss dich, Mann So ne alter Ich weiß nicht, genau, wo man die macht Ach, jawohl, und Also die Challenge ist schon ein bisschen Nein 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 Fuck Ich war so fein Ich war schon an der Ecke da hinten Ich war schon an der Ecke da hinten Die Sprünge sind auch echt scheiße, Mann Ich hasse die, Alter Ja Das sind wirklich richtige Ranzsprünge Ja, aber dafür habe ich die Maps doch noch, äh, die, also die Challenges extra nicht so lange gemacht Ja, das ist echt So, eins ist Die sind halt so blödes, schwanzwübscher Kind, ey Was lachst du denn da wieder zu? Äh, kann da, gibt's da irgendeine Technik, wie man da immer drüber kommt? Ne, oder? Nein, Mann Man muss es einfach so richtig dumm machen, ne? Okay, gut Klar gibt's ja mit Geld Ah, Mann Ja, und noch richtig Hier ist echt der Bevölkerung auch nen Sack mit deinem Gelaber Ja, Leander? Ja Leander, oh Gott Leandronikus Der besser Alter, Junge, Mann Challenge ist so behindert, aber wirklich Was hast du dir aber halt nur gedacht? Fuck, ey, der ist nochmal richtig knackig, ey Dieser Sprung Dieser Sprung hat Aids Das habe ich genau gesehen Ich bin noch sofort heifer positiv Positive? Positive, ja Läuft Fuck, ey, du musstest richtig knapp um die Ecke, ey Nee Oh, ich krieg's grad gar nicht mehr hin, weil ihr einfach so dumm und im Weg seid Mal jetzt auf Abstand hier Danke Geh auf Abstand, du Lesbe Kann ich jetzt wenigstens in Ruhe machen, ey Das ist richtig Kampflesbe geworden, Wayne Findest du? Fuck 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 Ey, Junge Mann Ah, Junge, Alter, dich doch Man kann's auch nicht mit dem Einzelsprung machen, oder? Also ohne Sprinten Ich hab's noch nicht mit dem Einzelsprung versucht, aber mir fühlt es sich mit Sprinten einfach viel sicherer an Ich glaube, du schaffst's auch gar nicht, wenn du... Ah, das haben wir uns gemacht Du musst jetzt nochmal um die Ecke rein Ja, genau den danach bin ich runtergefallen, ja Wuuu Sehr geil Da war ich auch schon, aber... Ihr könnt euch beide mal runtergehen So mehr als ne vier wird... Mehr als ne vier wird die Challenger leider auch nicht kriegen von mir Also die gibt bei mir... Kommt von mir schon mal ne acht Ja, dann sagen wir mal ne sieben Wir machen's jetzt auch relativ... Wir machen's auch relativ zur Map, weil es nicht relativ zu allen Sprungen, die wir kennen, also Challenges, die wir kennen Sonst wär das ja... wenn ja alle hier nur ne zwei, Alter, wenn wir das mit der letzten vergleichen Ja, das stimmt Nö, ich mach das ja nur von der Map ausgehend So Komm jetzt hier, ey Ja Alter Das ist so assi da hinten an der Ecke nochmal welche zu machen, ne Ohne Witz, ey Das ist so schlecht, wirklich Fuck Fuck Das ist echt so assi, Mann Oh, das haben wir heute gemacht, das gerade? Na klar Na, der macht das echt gerade Hast du gemacht? Ja, schon Mir fehlen noch die letzten beiden, aber ich glaube Ey, ich fall auch jedes Mal wieder da runter, jedes Mal, ey Na, der macht, Mephisto Ich fick mich schwer, Alter Ich fall immer bei diesen letzten beiden da runter, Alter Macht mal jemand nacht Und dann